Dieses Tutorial zeigt die Berechnung der Effektstärke für den Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest in R. Rechnung und Interpretation des Tests selbst habe ich bereits in den verlinkten Videos gezeigt und möchte jetzt nur auf die Effektstärke eingehen. Zunächst aber noch mal ganz kurz, wir lassen uns eine Kreuztabelle für die beiden Merkmale ausgeben. Zum einen Wohnsituation mit den Ausprägungen Wohnung, Reihenhaus und Einfamilienhaus und dann die Wahlstimme und dann hier die entsprechenden Parteien. Und der Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest, das sagt der Name, prüft auf Unabhängigkeit dieser beiden Merkmale. Also es sollten keine Überhäufigkeiten vorkommen. Also zum Beispiel, dass SPD-Wähler überwiegend im Einfamilienhaus wohnen sollte nicht überhäufig sein. Das Ganze mit dem Chi-Quadrat-Test geprüft. Ganz kurz zur Einordnung, wir haben hier keinen signifikanten p-Wert. Das heißt, das Alpha-Niveau von 5%, 1% oder 0,1% wird definitiv nicht unterschritten mit einem p-Wert von 0,7 und deswegen sollte man auch eigentlich keine Effektstärke berechnen, weil da wo kein Effekt ist, ist eine Effektstärke durchaus in Frage zu stellen. Nichtsdestotrotz möchte ich das kurz zeigen, wie das funktioniert. Zuallererst brauchen wir ein neues Paket, nämlich das Paket r-Companion und das installieren wir über install.packages und wir laden das über die Library-Funktion. Da bitte r-Companion ohne Anführungszeichen. Und nun kann man bereits loslegen. Für die Effektstärke gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es die Möglichkeit, das mit Kramer V auszurechnen und zum anderen das Ganze mit Cohen W auszurechnen. W, Achtung, das wird manchmal auch als Omega geschrieben, beziehungsweise ursprünglich war es das Omega. Inzwischen hat man sich, weil es aussieht wie ein W, meist auf Coens W geeinigt. In diese beiden Funktionen kann man jetzt das, was man in den Chi-Quadrat-Test eingibt, auch einfach rein kopieren und dann ausführen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und da sehen wir, dass wir zwei verschiedene Werte haben. Kramer V 0,228 und Coens W 0,3225. Die Frage ist jetzt, wenn ich das einordne, sofern der Effekt signifikant ist, dann, woran mache ich das fest? Ich fange zunächst mit Coens W an. Und Coens W kann man bei Jacob Cohen 1992, A Power Primer, auch wunderbar nachlesen. Nämlich auf Seite 157 sehen wir hier in der Zeile 6, dass wir 0,1, 0,3 und 0,5 als Grenzen für kleine, mittlere und große Effektstärken haben. Wir liegen mit 0,32 knapp über der Grenze zum mittleren Effekt von 0,3 und würden, sofern das Ganze signifikant wäre, hier einen mittleren Effekt attestieren. Aber Achtung, der Effekt ist, wie gesagt, nicht signifikant und da ist es durchaus in Frage zu stellen, ob man da eine Effektstärke berichten sollte. Als zweites haben wir noch Kramer's V. Kramer's V lässt sich offensichtlich nicht, weil es eben verschieden von Coens W ist, mit denselben Grenzenklassen einordnen. Da gibt es zum Glück vom Autor des Paketes R Companion eine kleine Homepage, die auch in der Beschreibung des Videos verlinkt ist. Und da sehen wir hier Interpretation of Statistics und da haben wir hier nochmal Coens W. Da sehen wir auch die Grenzen, die wir eben schon hatten für Coens W. Und dann haben wir hier Kramer's V. Und da steht dann K gleich 2, Sternchen, K gleich 3, Sternchen und so weiter. Und hier unten steht das Sternchen nochmal erklärt. Ich mache es mal ein bisschen größer. K ist the minimum number of categories in either rows or columns. Das bedeutet, die Anzahl der Kategorien pro Variable wird jetzt hierfür genommen, und zwar das Minimum der beiden. Ich habe eben festgestellt, wenn ich hier mal in meine Kreuztabelle nochmal zurückgehe, ich habe 5 Ausprägungen bei der Wahlstimme und 3 bei der Wohnung. Das bedeutet, ich hätte jetzt an der Stelle das Minimum von 3 und 5, hätte ich jetzt 3. Das heißt, ich würde jetzt bei Kramers V K gleich 3 nachschlagen müssen. Und dann sehe ich hier, wir haben klein 0,07 bis 0,2, medium 0,2 bis 0,35 und large ab 0,35. Und da sehen wir Kramers V hier von 0,228 liegt auch hier ganz knapp über der Grenze zum mittleren Effekt. Aber nochmal zur Erinnerung, wir hatten festgestellt, es liegt eben Unabhängigkeit vor. Deswegen mit Effektstärken an dieser Stelle vorsichtig sein. Generell wäre aber das genau das Vorgehen.